Heute schauen wir uns unser neues Expanderboard für den KaliOP Mini V3 an. Mein Name ist Patrick und ich zeige euch, was man tolles damit machen kann. Erst einmal kurz der KaliOP Mini V3. Dies ist ein Mikrokontrollerboard mit vielen coolen Funktionen. Wir haben Taster, eine LED-Matrix, sogar RGB-LEDs, Bewegungs- und Temperatursensoren und all das auf einer schicken handlichen Platine. Dazu kann der KaliOP textbasiert, aber auch blockbasiert programmiert werden und das besonders tolle daran ist, dass du für den KaliOP keine besondere Software benötigst, sondern ihn einfach über deinen Browser programmieren kannst. Mit dem KaliOP Mini hat man also ein Board, mit dem man sehr spielerisch und schnell programmieren lernen kann. Wir haben den Expander für den KaliOP Mini V3 speziell entwickelt, um Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und allen Interessierten ein noch tieferes Verständnis für Informatik und Mikroelektronik zu vermitteln. Der Expander erlaubt es Lernenden, eigene praxisorientierte Projekte des KaliOP zu erweitern. Er bietet die Möglichkeit der Verkabelung komplexer Bauteile mit vorkonfektionierten Steckverbindern, aber auch mit individueller Verkabelung. Dazu bietet der Expander die Grundlage zum Erlernen der technischen Grundlagen digitaler und analoger Daten, wie auch zur Nutzung des I2C-Datenbus-Systems. Das Ziel ist es, die Lernenden auf erweiterte technische Systeme vorzubereiten, um eigene Mikroelektronik-Projekte realisieren zu können. Dazu haben wir eine breite Palette an Steckverbindungen für jegliche Module auf dem Expander-Board, wie 3- und 4-polige JST-Buchsen, Grove-Buchsen und die Header-Pins für herkömmliche Breadboard-Kabel. Dadurch sind vorher schwer zugängliche Kontakte des KaliOP einfach nutzbar gemacht. Extra markierte Bereiche für die Motoren, für das MP3-Modul, den Speaker und für Bauteile, die über eine I2C-Schnittstelle versorgt werden müssen, runden das Ganze ab. Natürlich sind alle Ports mit den entsprechenden Bezeichnungen, für die internen Pins versehen und Verbindungslinien sorgen für eine bessere Nachvollziehbarkeit. Das alles liefert der Expander ohne eine eigene Stromversorgung zu benötigen. Er kann einfach über das Batteriefach des KaliOP Mini versorgt werden. Beim Expander sind folgende Bauteile enthalten. Wir haben ein LED-Modul, ein Taster, als Drehregler einen Potentiometer und einen Feuchtigkeitssensor. Diese haben alle einen Anschluss für ein 3-poliges JST-Kabel, welches natürlich ebenfalls mehrfach vorhanden ist. Zwei Motoren und ein LCD sind ebenfalls mit von der Partie. Einmal ein Servo SG90, der an die Header-Pins passt und dann auch ein Lüfter, der über die zweipolige Motorbuchse versorgt wird. Schlussendlich haben wir noch das MP3-Modul und den Speaker, für die es einen extra eingefärbten Bereich gibt und ein RFID-Kit mitsamt Reader und Tag, welches über die JST-Stecker in dem I2C-Bereich des Expanders eingesteckt wird. Schauen wir uns das Ganze mal ein wenig praxisnah an. Dafür erst einmal in den Editor, mit dem man den KaliOP-Expander nutzen kann. Hast du schon einmal mit dem KaliOP-Mini programmiert? Dann kennst du sicherlich auch MakeCode. Hier jetzt in der blockbasierten Variante für den KaliOP. makecode.kaliop.cc So kommst du auf die Startseite und hier kannst du direkt loslegen. Starte ein neues Projekt, gebe diesen einen Namen und wähle den V3 aus. Super, dann kommst du in die Programmieroberfläche und du kannst sofort loslegen. Schauen wir uns die Oberfläche einmal an. Hier sind die beiden Startblöcke, beim Start und dauerhaft. Für diejenigen, die bereits mit der Arduino IDE gearbeitet haben, sind diese vergleichbar mit dem Setup und dem Loop. Direkt links davon haben wir die verschiedenen Bereiche, wo wir die verschiedensten Bausteine zum Programmieren finden. Noch weiter links siehst du eine Live-Vorschau deines KaliOP. Hier oben kannst du gegebenenfalls deine Programmierweise und Sprache ändern, zum Beispiel auf die Programmiersprache JavaScript. Alles weitere schauen wir uns mal anhand eines ersten kleinen Programmes an. Dazu schließen wir die LED an den Port 1 und den Taster an den Port 2. Wenn wir den Taster drücken, dann soll die LED-Matrix ein X zeigen, ansonsten soll die blaue LED leuchten. Wie man sieht, zeigt die Live-Vorschau nun an, wie dein KaliOP aussehen wird. Dann klickt man auf Herunterladen und erst jetzt muss man das Board verbinden und dann wählen wir aus, dass wir das Gerät koppeln möchten. Hier muss man nun einmalig das Gerät auswählen und nochmal verbinden. Jetzt kann man mit einem einmaligen Klick auf Herunterladen das Programm auf den KaliOP spielen. Der Expander benötigt also keinerlei weiterführende Maßnahmen, um mit MakeCode connected zu werden. Und wir sind ja gerade erst am Anfang. Es gibt zwei Dinge, die wir mit dem Expander inhaltlich besonders intensiviert haben. Und das ist einmal die serielle Kommunikation und das Einbinden von Bibliotheken. Schauen wir uns einmal die serielle Ausgabe am Beispiel des Feuchtigkeitssensors an. Hier wollen wir uns einmal den ausgegebenen Wert anschauen und dafür gibt es ein Tool, das finden wir hier unter Seriell. Und dann einmal den Wert von Pin P0, an dem wir den Feuchtigkeitssensor angesteckt haben. Klicke einmal auf diese Schaltfläche, um das gewünschte Fenster zu öffnen. Den Sensor stecken wir mal hier in die Blumenerde und ich gieße mal ein wenig Wasser in den Kübel und schauen wir uns mal den Graphen an. Wie man sieht, kann man nun die ausgegebenen Werte des Feuchtigkeitssensors live mitverfolgen. Die externen Module des Expanders liefern die Basis für eine große Vielfalt an Projekten und Experimenten. Man könnte nun die LED und den Feuchtigkeitssensor so programmieren, dass die LED leuchtet, wenn der Feuchtigkeitswert zu gering wird. Du möchtest deine Pflanze ja nicht verenden lassen. Die Ausgabe der Messwerte soll extern erfolgen? Dann nehme den LCD und lasse dir die Werte dort anzeigen. Oder ein Ton. Man könnte einen Ton ausgeben lassen. Und damit kommen wir zu einem weiteren Bauteil und damit auch zur Einbindung von Bibliotheken. Und zwar bauen wir direkt zwei ein. Dazu muss das MP3-Modul eingesteckt werden, der Lautsprecher und der RFID-Empfänger angeschlossen werden. Das Ziel ist, dass eine Melodie ertönt, wenn die Karte an den Empfänger gehalten wird. Um das zu realisieren, müssen wir eine Bibliothek hinzufügen. Damit kann man sicherstellen, dass Erweiterungen zum Calliope Mini auch reibungslos funktionieren. Das ist zum Glück ziemlich simpel. Man klickt auf Erweiterung. Und nun kann man nach der benötigten Bibliothek suchen. Unsere heißt DF Player Mini. Hier sieht man nun, dass dies die Bibliothek für das MP3-Modul ist. Einmal draufklicken und fertig. Die Bibliothek ist hinzugefügt. Die zweite Bibliothek wäre dann für den RFID-Empfänger. Hier nehmen wir nun mal die URL der Bibliothek und geben diese in das Suchfeld ein. Und auch hier kommen wir ganz schnell und einfach zu unserer Bibliothek. Nun können wir also unser Programm schreiben und wir könnten es auch ganz einfach erweitern. Wie man sieht, ist der Expander für den Calliope super vielseitig einsetzbar und trotzdem schnell und direkt in der Handhabe. Das Einbinden der seriellen Kommunikation und der Bibliotheken bildete einen weiteren Teil der Grundlage, um die Lücke zu schließen zwischen dem blockbasierten Programmieren mit dem Calliope Mini V3 und weiteren Aufgaben und Projekten in der Mikroelektronik oder Programmierung. Wie Programmieren in der Hochsprache, wie zum Beispiel mit der Arduino IDE oder auch um den Calliope als Basis für einen Roboter zu nutzen. Auch hier haben wir vorgesorgt mit dem Calle für Calliope Mini. Eine von uns entwickelte Chassis-Platine mit Linienverfolgung, Hinderniserkennung und vielen weiteren Features. Das war es erst einmal. Wenn ihr mehr zum Expander-Board oder zum Calle-Roboter erfahren möchtet, schaut doch gerne auf unsere Website. Ich verabschiede mich. Bis dahin, auf Wiedersehen.